Moin, herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ganz exklusiv, nein, überhaupt nicht exklusiv. Jeder Penner hat schon darüber berichtet, über die Neuheiten, die gekommen sind. Carver naked, Duck naked und ab 5.11. direkt auf der EICMA leider erst da die neue Duke. Ich bin richtig gespannt darauf. Hier in diesem Video möchte ich jetzt ein bisschen drüber eingehen, was bisher schon released wurde, welche Neuheiten jetzt schon anstehen für 2020 und möchte auch so ein bisschen darauf eingehen. Haltet euch fest, das wird vielleicht nicht so objektiv. Ich stelle mich einfach als total dummen Customer dar, der völlig da sein Ding durchzieht und vielleicht nicht ganz so fair und gerecht mit den Designs umgeht, wie sie es vielleicht verdienen. Fangen wir an mit Carver. Die Leistungsdaten sehen echt geil aus. Nur seht selbst hier der Trailer rein. Geht echt gar nicht. Es tut mir leid, lieber Designer oder Design-Team. Der Klang mit dem Kompressor, gar keine Frage, total geil. Aber Alter, wie sieht das Ding denn aus? Okay, ich bin jetzt nicht repräsentativ für tolles Aussehen. Aber was habt ihr euch dabei gedacht? Sicherlich gibt es Leute, denen gefällt das, aber gut, lassen wir das. Carver geklärt für 2020 und jetzt gehen wir direkt zu Duck. Ich habe wirklich drauf gewartet. Ich habe den Prototypen gesehen und dachte mir, Alter, RIP Bank Konto. Ich nehme alles weg. Ich hole mir das. Gib meine Duke in Zahlung, meine Super Duke und hole mir diesen neuen Street Fighter. weiter. Naja, immer passiert das. Seht selbst. Warum? Bei der Präsentation selber habe ich gesehen, dass die das Gesicht anlehnen an den Joker. Okay, ich vielleicht kurz schwenke zu meiner selbstberuflichen Sache. Ich bin selber im Design und im Marketing tätig, muss gestalten und auch da ein Gefühl für haben, was gut aussieht vom wie auch immer. Alter, Joker? Echt jetzt? Gut, in die Supersport von denen, also auch Joker? Ich verstehe es nicht. Warum macht man sowas? Hier nochmal den Vergleich. Prototyp. Serienmotorrad. Ja, ich weiß, Kennzeichenhalter kommen dazu, Spiegel, da kann man alles noch was machen, aber echt, also der Rest des Motorrads finde ich geil bis zur Front. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, ist aber verkackt. Einfach verkackt. Ich wäre sofort zum Ducati Händler gegangen und hätte gesagt, so, vorbestellen. Aber das, ohne Scheiß, schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr das findet. Ich bin echt enttäuscht, weil der Prototyp echt so geil aussah. Kurz zum Vergleich, meine 1290 Super Duke finde ich von vorne auch nicht so der Hammer und ist auch der Erbe-Geschmackssache. Das ist ja, ich glaube, bei der, bei der neuen Duke war das so wirklich 50-50, gut, schlecht, wie auch immer. Aber, das, schade. Vielleicht gibt es ja irgendwie im Zubehör, dass man sich da mehr an eine Panigale orientiert vorne mit dem Licht, weil es tut weh. Ja. Und jetzt kommen wir noch zur KTM. KTM selber hat drei Videos veröffentlicht zum Unteasen der neuen Duke. Direkt getriggert, wahrscheinlich, weil ich auch selber Duke fahre. Ich bin mega gespannt, was die zu bieten haben. Gerade auch, was die Leistungsdaten angeht. Vor allen Dingen, da KTM da bisher sehr weit vorne immer mit war. Bis auf die Portale, da ist sowieso Limited Edition. Aber, mal gucken, ob sie mit den 200 PS mithalten können von den anderen. Ich bin, oh, fünfter, elfter, alter. So, hier die Spots. Genießt es und bleibt noch dran. Ich habe noch ein paar Worte am Ende des Videos zu sagen. Mal positiv. Mal positiv. Nan unfair. Intro. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen. Du hast durchgehalten und sind die Videos geil? Da triggert mich KTM einfach viel besser. Wobei das Teaser-Video von Pikes Peak auch schon recht geil war von der Duck. Aber gut, seid ihr selber dieses Jahr auf der EICMA? Ich nicht, ich kann es mir nicht leisten bis nach Mailand und ich habe auch keinen Urlaub. Von daher, ich einmal Schlucker bin da eh raus. Seid ihr dabei? Schreibt mal in die Kommentare, damit ich euch beneiden kann. Egal. Ich weiß, das ist ein sehr emotionales Thema und sehr viel Subjektivität. Also objektiv bin ich da überhaupt nicht dran gegangen, weil ich sagte ja, ich wollte den dummen Customer abbilden. Und von dem Standpunkt ist es halt immer das leichteste, da zu reagieren. Falls euch das gefallen hat, liken, sharen, abonnieren. Und wir sehen uns zum nächsten Video jeden Sonntag um 18 Uhr hier auf diesem Kanal von RunRiot. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.